Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Adam und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Julius an. Dieser hat über BitJet geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. BitJet im Test. Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die auf einer dezentralen Technologie namens Blockchain basieren. Sie dienen als digitales Zahlungsmittel und ermöglichen Transaktionen ohne die Notwendigkeit von Banken oder staatlicher Regulierung. Kryptowährungen können für verschiedene Zwecke genutzt werden, wie zum Beispiel digitale Zahlungen, Investitionen, internationale Überweisungen, Smart Contracts und für Anonymität und am Datenschutz. Kryptowährungen haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Werte übertragen, speichern und handeln, zu verändern. Sie bieten Chancen und Herausforderungen und haben bereits in vielen Bereichen Einfluss genommen, von der Finanzwelt bis zur Technologieentwicklung. Über BitJet. BitJet ist eine etablierte Handelsplattform im Bereich Kryptowährungen, die es Anlegern ermöglicht, in digitale Vermögenswerte zu investieren und von den volatilen Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt zu profitieren. In diesem ausführlicheren Erfahrungsbericht werde ich meine eigenen Eindrücke und Meinungen zu BitJet teilen, unter Berücksichtigung der Ansichten anderer Nutzer im Internet. BitJet hat sich als eine der führenden Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen etabliert. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anlegern den Zugang zu einem breiten Spektrum von Kryptowährungen zu erleichtern und ihnen die Möglichkeit zu bieten, an den Gewinnchancen des Kryptowährungsmarktes teilzuhaben. BitJet bietet verschiedene Handelsmöglichkeiten, einschließlich Spot-Handel, Kryptofutures und Optionen. Tipp. BitJet konnte sogar Lionel Messi als Partner gewinnen und somit die eigene Bekanntheit steigern. BitJet Handelsinstrumente. BitJet stellt eine breite Palette von Handelsinstrumenten zur Verfügung, darunter Kryptofutures, Optionen und Leverage Trading. Diese Produkte erlauben es Anlegern, auf sowohl steigende als auch fallende Kursbewegungen zu setzen, was das Potenzial für erhebliche Gewinne bietet. Die Plattform unterstützt eine Vielzahl von Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple und zahlreiche andere Altcoins. BitJet als eigene Handelsplattform. Die Handelsplattform von BitJet ist benutzerfreundlich und bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern viele nützliche Funktionen. Die Plattform ist in Form von mobilen Apps für iOS und Android verfügbar, was es den Nutzern ermöglicht, auch unterwegs zu handeln. Darüber hinaus steht eine Webplattform zur Verfügung, die über einen Internetbrowser zugänglich ist. Die Plattform bietet Echtzeit-Charts, Handelssignale und eine Vielzahl von Tools, um den Handel zu erleichtern. Ist BitJet als Broker sicher? Die Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle beim Handel mit Kryptowährungen und BitJet legt großen Wert darauf, die Gelder seiner Kunden zu schützen. Die Plattform verwendet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, darunter die Speicherung von Kryptowährungen in sogenannten Cold Wallets, Zwei-Faktor-Authentifizierung und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen. Trading-Gebühren bei BitJet-BitJet erhebt Handelsgebühren für Transaktionen auf der Plattform. Die genaue Gebührenstruktur kann je nach Art der Transaktion variieren. Es ist wichtig, die Gebührenordnung auf der BitJet-Website zu konsultieren, um die genauen Kosten zu verstehen. Tipp, wenn du dich jetzt bei BitJet registrierst, bekommst du einen 100%-Bonus auf deine erste Einzahlung. Erträge steigern durch Copy-Trading bei BitJet. Copy-Trading, auch als Social Trading bezeichnet, ist eine Art des Handels, bei dem Anleger die Strategien erfahrener Händler kopieren können. Im Fall von BitJet ermöglicht Copy-Trading den Nutzern, die Handelsaktivitäten erfolgreicher Trader zu replizieren, um von deren Fähigkeiten und Erfahrungen zu profitieren, ohne selbst ein tiefgehendes Verständnis des Kryptowährungshandels zu haben. BitJet bietet die Möglichkeit für Anleger, vom Fachwissen erfahrener Trader zu profitieren, ohne selbst zum Experten im Kryptowährungshandel werden zu müssen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Handel mit Kryptowährungen mit erheblichen Risiken verbunden ist und es gibt keine Garantie für Gewinne. Sie sollten ihre eigenen Forschungen durchführen und sich der Risiken bewusst sein, bevor sie in Copy-Trading oder Kryptowährungen im Allgemeinen investieren. Die Möglichkeit des Demo-Accounts bei BitJet der Demohandel, bei BitJet ist eine risikofreie Möglichkeit für Anleger, den Kryptowährungshandel auszuprobieren. In einem Demokonto können sie mit virtuellem Geld handeln, um die Plattform zu testen und Handelsstrategien zu üben, ohne echtes Kapital zu riskieren. Dies ermöglicht es Nutzern, sich mit dem Handel vertraut zu machen, bevor sie in den echten Kryptowährungshandel einsteigen. Es ist eine wertvolle Option für Anfänger, die den Markt erkunden und ihre Fähigkeiten entwickeln möchten, ohne finanzielle Risiken einzugehen. So denken die Nutzer über BitJet. Die Meinungen der Nutzer im Internet über BitJet sind vielfältig. Einige Anleger loben die Plattform für ihre Benutzerfreundlichkeit und die Vielzahl der angebotenen Handelsinstrumente. Andere äußern Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der Gebührenstruktur von BitJet. Es ist ratsam, unabhängige Bewertungen zu lesen und sich gründlich über die Plattform zu informieren, bevor man sich für eine Nutzung entscheidet. Meine BitJet. Erfahrungen, mein BitJet-Test. Fazit. BitJet ist eine robuste Handelsplattform für Kryptowährungen, die eine breite Palette von Handelsinstrumenten und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet. Die Sicherheit der Plattform wird ernst genommen und die Gebührenstruktur variiert je nach Art der Transaktion. Bevor man sich für BitJet entscheidet, ist es wichtig, unabhängige Bewertungen zu lesen und die Plattform gründlich zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den eigenen Anforderungen entspricht. Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken und es ist ratsam, sich gut zu informieren, bevor man mit dem Handel beginnt. BitJet kann eine sinnvolle Option für diejenigen sein, die in den Kryptowährungsmarkt investieren möchten und die bereit sind, sich mit den spezifischen Herausforderungen dieses Marktes auseinanderzusetzen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war euer Adam von produkt-kenner.de